Den haben wir auch gebraten. Den haben wir auch. Ich möchte eigentlich nur den Wagen anzünden. Okay. Das läuft doch ganz gut. Oh, da war ein Polizist bei. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. So, noch vier Stück. Dann haben wir es. So, sind hier noch ein paar Leutchen? Da ist einer. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe hier. Ja, scheiße. Der war unschätzbar wertvoll, Gekko. Hiermit kündige ich dein Arbeitsverhältnis. Ja, hat jetzt nicht so gut geklappt, ne? Ja, okay. Aber wir sind doch ganz gut angesehen bei den Z, deswegen gehen wir gleich nochmal wieder hin. Ich wollte auch keine Limousine. Ja, der ist gut. Taxi. Ja, komm. Der hat doch gerade Taxi gerufen. Ja. Der wollte doch gerade eben noch. Ja, der ist ja wahrscheinlich suspekt auf der falschen Straßenseite, ne? Will mal einer einsteigen hier? Komm, du. Du bist ein Polizist. Du, komm. Jetzt kommt nochmal einer, will mit hier. Hallo. Es will keiner mit. Es gibt Geld. Ich muss die Klete verdienen. Hier. Was mit dir? Jetzt kommt nochmal einer rein. Ich möchte einfach nur einen zahlenden Kunden dabei haben. Das will keiner, ne? Ja, danke. So. Haben wir es doch. Okay. Jetzt gibt es wenigstens ein bisschen Geld für meinen Rumgetüdel hier. Sorry. Also, wir gehen jetzt zu den Zs. Machen wir den gleichen Auftrag nochmal, oder? Boah. Ich fand ihn ja eigentlich gar nicht schlecht, den Auftrag, ne? Ich probiere den nochmal, glaube ich. Das finde ich ja auch ganz schön, dass man den Auftrag nochmal machen kann. Das war ja im ersten Teil auch so. Einmal versemmelt den Auftrag, dann war er versemmelt und für ewig. Und das geht nicht mehr anders. Und hier kannst du ihn halt immer wiederholen. Das finde ich echt schön. Ah, ich bringe die aus Versehen immer um. Das will ich eigentlich gar nicht. Ah, grünes Telefon, Moment. Da sind sie ja. Aber nicht. Bitteschön. Connecting. Abfackeln. Genau, das ist das gleiche wieder. Sehr schön. Ah, ich brauche jetzt mal ein Polizeiauto. Okay. Ich brauche ja gar nicht so weit weg, ich Idiot. Ich kann ja hier vor Ort bleiben. Pass mal auf. So, jetzt kommt gleich ein Polizeiauto und den schnappe ich mir. Polizei, hallo. Willst du den Muni holen? Du bist kein Polizeiauto. Was will der Krankenwagen hier? Das ist ja keiner zum Widerbeleben. Da ist einer. So, den haben wir. So. Jetzt ist viel angegossen. So, jetzt will ich hier vorne irgendwo hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Ja. Verzeihung, das war jetzt nicht beabsichtigt. Da soll ich nicht rein, aber irgendwo... Wo... Wo muss ich denn hin? Das ist nicht wahr. Ach, die Polizei hat mich geschnappt, schön. Danke. Ich bin Geldverschwendung. Ja, jetzt läuft's gerade nicht so gut, ne? Ich wollte gerade versuchen, den da rauszuzerren, den Polizisten. Hat nicht geklappt. Ich will den Auftrag nochmal machen, ich mag den. Ich finde den cool. Cooler Auftrag. So, komm. Einmal probieren wir das noch. Aber wir sinken gerade immer mehr am Ansehen, weil ich halt scheiße bin. Also, weil ich scheiße fahre. Ups. Und weil ich gerade wahrscheinlich wieder einen umgebracht habe. Aber noch sind wir im grünen Bereich bei denen. Also, probieren wir es noch einmal. So. Wow. Ich habe da übrigens diese eine Schanze gerade gesehen, die sieht da cool aus. So. Und nochmal den Auftrag, bitte. Okay. So. Abfackeln. Auto kaputt machen. So. So, warten wir kurz, bis die Polizei eintrifft. Hallo, Z. Ich höre was. Hallo, mein Freund. So. Polizeiauto. So. Gucken wir hier lang. Weil. Ich muss natürlich den Wagen erstmal finden. Den es jetzt zu klauen gilt. Ich hoffe, er ist nicht zu weit weg. Da war ein Killer-Wahn. Habt ihr es gesehen? Mal merken, wo der war. Fuck, Entschuldigung. Ich hätte ihn umbringen sollen. Wir haben ein bisschen aufpassen. Der schießt bestimmt noch auf uns da oben. Okay, ich bin dran vorbei. Okay, gut. Ja, der hat ordentlich was abbekommen, gerade der goldene Wagen hier. Aber, gut. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Deswegen werde ich jetzt natürlich keinen Umweg durch die Lackiererei machen. Weil das wäre jetzt einfach zu bescheuert. Nee, das wäre ein riesen Umweg. Ich versuche jetzt einfach zur Werkstatt zu kommen. Dann ist ja das erstmal vorbei. Und dann geht es weiter mit dem... Äh, Feuerwehrauto. Äh, der Polizeiwagen ist gerade ins Wasser abgehauen. Ach, schön und fröhlich, die Musik. Hat was von Inseln der Zombies. Ist ein altes Hörspiel. Es klingt jetzt komisch. Aber ja, da ist es auch so eine fröhliche Musik. Wantanamera. So. Was? Da kann ich aber nichts für. Sag mal. Geht's noch? Äh, da... Ja, war gut. Ja, war echt gut. Mittlerweile sind die Professoren da ganz gut auf uns zu sprechen. Nee, ich will den Auftrag schaffen. Wir probieren das nochmal. Wir probieren das nochmal. Einen Versuch können wir, denke ich, noch machen. Ja, komm, der ist zu gut erwarten hier. Gibt's zu mir den Auto. So, danke. Okay. Aber warte mal. Dann können wir gleich mal eben den Killer-Wahn zwischendurch ausprobieren, oder? Ich weiß noch, wo der war. Hier um die Ecke irgendwo, ne? Au. War das hier? Alter. War hier nicht der Killer-Wahn irgendwo in der Ecke? Dachte ich. Na, eine Kurve weiter, ne? Ich glaub, hier, hier und dann da oben links. Hier oben war der Killer-Wahn. Da. Nicht? Ich hätt wetten können, dass hier der Killer-Wahn war. Nicht? Anscheinend nicht. Ich will euch nicht überfahren, wenn das bei einem Auftrag futscht. Oder ein Häuschen weiter. Hier vielleicht? Da oben ist er. Jetzt seh' ich ihn. Okay, probieren wir das mal. Autos ist eh im Arsch. Oh, Jesus. Es steht aber auch alle im Weg, ihr blöden Karren, ne? So, was ist denn das für ein schöner Auftrag? Ach, den muss ich zu Fuß einsammeln. Okay. Elektro-Wahn, 200, was? Ach, Leute. Oh. Das war die vielleicht... Ja, okay. Okay. Natürlich ist viele... Ja, jetzt töten die mich natürlich, aber... Das ist eine schlechte Idee, hier zu stehen. Jetzt geh' ich mal weg hier. Ich brauch' normale Menschen. Sowas. Ich brauch' ein paar normale Menschen. Waren gescheitert, weil... Ja, weil die Z mich natürlich jetzt angegriffen haben. Es läuft grad überhaupt nicht, was ich hier mach'. Okay. Zum Glück haben wir gespeichert. Das heißt, wir können beim nächsten Mal nochmal von vorne anfangen. Was ist hier oben los? Mal gucken. Nö. Ach, da ist gar nichts. Ich hätt' gedacht, hier wär' was Geileres. Ja, komm, der ist guter Wagen. Ja, natürlich hat er mich gesehen. Sag mal, wollt ihr mich alle verkackern? Meine Fresse. Lass mich hier runter jetzt. So. Wir sind bei Z im Minus. Wir müssen zu... Okay, wir müssen zu den Professoren. Wir haben gerade... Wir sind ja gerade richtig gut im Plus. Weil wir die zwei wahrscheinlich die Saibatsu umgebracht haben. Okay. Dafür suchen wir einen Auftrag bei den Professoren. Aus der Not heraus. Das ist natürlich ein gelben Auftrag, wenn überhaupt, ne? Aber eigentlich ein grün, ne? Ein grün. Aha. Okay. Nimm uns mal im Vorbeigehen hier so ein Auto... Ey, so einen Auftrag mit. So. Hey, THC 303. Dr. Labrat hier. Die Saibatsu und die Rednecks wollen eine Friedenskonferenz. Diese Gelegenheit werde ich für ein Experiment nutzen. Hol die alte Limousine und ich erzähl' dir meinen Plan. Okay, Professor. Oh, Raketenwerfer. Den nehm' ich doch gern mit. Die alte Limousine. Wo ist sie denn? Oh, das ist ne GTA-Marke. Ja, ich nehm' die auch gleich. Das ist unglaublich, ne? Mann. Das ist der Nächste. Das ist nicht wahr. Ich kann hier keinen vernünftigen Auftrag machen, weil die Polizei mich hier ständig nervt. Stromberg? Hab ich gerade gehört? Gut. So. Hole zuerst die Redneck-Delegation ab. Ich komm hier nicht raus. Das ist doch nicht wahr! Alter, wollt ihr mich denn die ganze Zeit verarschen? Ich geh' wieder zu den Professoren hin. So, hab ich jetzt vielleicht endlich mal die Möglichkeit, dass mir keine Polizei auf dem Fersen ist. Unfassbar, echt unfassbar. Hupsala, hab ich hier gerade runtergefallen. Äh, da ist der Auftrag wieder. Okay. So. Tada. Okay, Nase juckt. Ah, Dennis-Krankheit. So. Auch nochmal das Ganze. So, ich hol die Limousine. Und diesmal ohne Polizei. Da steht doch mal ein anderes Auto von eben. Der hat mich schon fast wieder überfahren, der Penner. So, also. Erstmal zu den Rednecks. Hat er gesagt. Da fahren wir jetzt also hin. Kann man den Killer-Wahn theoretisch auch nochmal machen eigentlich? Kann ich gleich mal gucken, ob der noch da ist. Genau. Wahrscheinlich werden die dann alle zusammen irgendwie versenkt oder so. Sollte vielleicht auf der richtigen Straßenseite fahren, ne? Ah, komm, kommen wir hier. Okay. Warmly. Da müssen wir nachher speichern. Okay, jetzt weiß ich jetzt so ungefähr, wo Warmly ist. Da müssen wir nachher speichern. Oder halt auch nicht. Wenn wir gleich wieder den Auftrag versemmeln, dann brauchen wir das natürlich nicht. Die Rednecks sind aber nicht gut auf uns zu sprechen, sehe ich gerade. Ist natürlich ein Risiko, jetzt da welche abzuholen. Ich glaube, dass das keine gute Idee ist, da jetzt reinzufahren. Weil wir da nicht sehr beliebt sind. Okay. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Wo sind sie denn? Okay. Wo jetzt hin? Noch mehr oder was? Warte mal, ich sehe gerade, ich muss ja noch weiterfahren. Wer ist denn das hier? Nein! Okay. So. Anscheinend sind hier noch mehr. Ich sehe halt nichts, ne? Äh. Toll. Hä? Wo soll ich denn ganz hin? Sind hier jetzt noch mehr Typen? Okay, weg da. So. Ich habe einen Plan. Ja, ich bin. Okay. Anscheinend müssen wir noch mal welche abholen. Ey, die Lumosine ist gleich Schrott. Wahrscheinlich müssen wir noch mal ein paar abholen. Aha. Okay. Also die Aufträge sind hier wesentlich schwieriger. Deswegen, dass wir das erste Gebiet so schnell geschafft haben, das wird sich nicht wiederholen. Hi. Oh, jetzt brennen wir schon. Das ist unglaublich. Wir werden gleich explodieren. Achso, ich soll raus. Komm ich da raus? Ja. Okay. Ich würde gerne mal durch so einen Lackiererjob oder so. Soll ich zu dem Z fahren wahrscheinlich, ne? Oh, oh. Ja, die Z werden aber auch auf mich ballern. Ich muss unbedingt durch die Werkstatt. Ich weiß bloß gar nicht genau, wo die ist. Ja, ich muss zur Werkstatt. Da kann ich jetzt so nicht hin. Ich bin echt schuld. Da, ich mach's. Bumm. Ich muss zu einer Werkstatt und ich weiß nicht, wo sie ist. Und das will. Gucken mal. Vielleicht find ich ja zufällig eine. Ja. Ich darf mich hier nicht anschießen lassen. Oh, Rednecks. Alles voll hier. Nur Feinde. Fuck. Warmly. Super. Also, wenn ich jetzt Glück hab und ich finde eine, okay. Ansonsten bin ich am Arsch. Was ist das hier? Ach, hilft mir nix. Tja. Ah, Leute. Läuft nicht, ne? Läuft nicht. Wir können das noch einmal probieren. Aber die Rednecks sind halt immer noch scheiße auf uns zu sprechen. Und der Part dauert auch nicht mehr so lange. Also, ich kann's gerne auch einmal probieren. Ja. Deshalb brauch ich... Ja, komm. Hallo! Boah. Der war mies. Dominatrix. Ja, angezeigt wird's mir schon mal. Ups, Verzeihung. Den wollte ich. Ich wollte springen. Nicht schießen. Wir sind ja schon im Luni-Gebiet... Äh, Luni, sag ich schon, im Professor... Ah! Hier sind wir. Sehr gut. Okay. Ja, probieren wir es noch einmal, ne? Es nützt ja nix. Dann werde ich wahrscheinlich später nochmal am Tag aufnehmen. Aber jetzt gleich erstmal eine Pause einlegen. So! Haben wir es wieder. Ach, sind das die gelben... Das sind die gelben Wissenschaftlerautos da unten, ne? Wahrscheinlich, ja. So, nochmal das Ganze. Das ist sie wieder, die ominöse Limousine. Schön heil lassen. Hoffen wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen besser jetzt durch sind. Ich sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt so durchs Set-Gebiet fahren. Also, es ist ein bisschen tiefer. Die sind ja beide nicht auf uns zu sprechen. Also, nicht gut. Naja, war keine Absicht. Sorry, 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 sorry. Nein, den wollte ich auch nicht ankacheln. Oh, ne. Jetzt habe ich die Bullen wieder am Hals. Scheiße. Ja, komm. Auf euch kann ich jetzt gerade echt gut verzichten. Versuch mal mit einer Limousine einen Streifenwagen abzuhängen, ey. Fuck. Ja, genau. So, was haben wir wirklich jetzt das geschafft? Lass mich hier durch. Ich bin schon mal auf dem richtigen Weg, aber das wird doch nie was jetzt. Okay. Dann sind wir jetzt wieder auf dem Bezahel. Immer mehr, 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 mehr! Dann sind wir jetzt wieder auf dem Bezahel. Dann sind wir jetzt wieder zum Bezahel. Job gescheitert. Oh, das gibt's doch nicht. Ich krieg die Krise, mein Lieben, Freunde. Ja, natürlich. Also, wir werden das beim nächsten Mal nochmal laden, glaube ich. Ich probiere mich jetzt nochmal an dem Killer-Wahn. Vielleicht. Oh, da war die Elvis-Typen. Ja, okay. Dieser Part war jetzt ein bisschen für die Katz, aber wir haben schon mal ein bisschen die Gegend kennengelernt. Das ist ja auch was. Ich überlege dann, ob ich doch noch wieder mit den Z mich arrangieren werde. Ich fand ja den eigentlich ganz gut, den Auftrag mit dem Feuerwehrwagen. Hätte nur mal klappen müssen, ne? Ach, scheiße. Ach, gib mir den Wagen. Stell ihn aus. So. Uh, im Karton. Ich wollte mich nochmal an dem Killer-Wahn probieren, hat ich gesagt. Also, speichern werde ich's, glaube ich, trotzdem nicht, weil das ist ja eigentlich Quatsch. Selbst wenn ich gleich Geld für den Killer-Wahn kriege. Ähm. Es lohnt sich einfach nicht, da Geld für auszugeben, weil das einfach nur schlecht war, was ich gemacht hab. Oh. So, ah, hier sind wir, okay. So, dann kommt der hier oben, wenn der Killer-Wahn noch da ist. Das weiß ich ja nicht. Ne, der ist anscheinend weg. Okay, der kommt nicht nochmal wieder. Ah, danke. Gib mir mal ein Z-Auto. Ich muss hier weg. Ah! Danke. Ich renne nochmal schnell zu den Professoren, da bin ich wenigstens in Sicherheit. So. Au. Das sind die einzigen, die mich gerade mögen. So traurig das klingt. Ja, also, wir werden das beim nächsten Mal auf jeden Fall noch ein bisschen besser hinkriegen. Oh, schon wieder die Polizei. Da ist die Werkstatt. Gut zu wissen. Vielleicht soll ich das zuerst machen. Warte mal. Ja, genau. Für die Polizei da rein. Toll. Zu wenig Kohle. So war. Ja, okay. Dann nicht. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal die Limousine. Auch wenn das nicht klappen wird, wahrscheinlich. Ey. Hier ist aber auch was los. Meine Fresse. So, wir sind da. Au. Der Brenn schuld wieder, der Wagen. Wir haben den 1024 gegen die Central-Sammel. Das ist, glaube ich, ein anderer Auftrag, ne? Sammeln und versenken. Okay. Füge Geheimnis der SNS. Klaue ein Taxi. Da ist eins. Aber lass es in einem Stück. Zu viel Zerstörung, ruf nur die Cops auf den Planen. Ja, jetzt habe ich schon Cops. Super. So, ich habe ein Taxi. Probieren wir das nochmal eben schnell. Mal gucken, was passiert. Dann wissen wir beim nächsten Mal gleich, was wir machen sollen. Vielleicht. Und ich habe deine Entertainment-News. So. Ja, ich warte noch. Am Urturm. Das ist völlig ahnungslos. Der Erste. Also, soll ich den umfahren? Oder soll ich den mitnehmen? Ich soll, glaube ich, umfahren. Obwohl, nee. Wenn ich im Taxi bin, soll ich den wahrscheinlich mitnehmen. Das wäre das Taxi im Prinzip. Ah, das ist besser. Wie fühlst du dich? Nicht sehr hart. Ich habe dich stressig und strahend gemacht. Okay, und nun? Schnapp dir den zweiten Z-Agent. Okay. Wieso bin ich jetzt schon wieder... Ich habe doch gerade nichts gemacht. Oder doch? Habe ich ihr aus Versehen überfahren? Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe mich auf den Text konzentriert. Scheiße. Häng fest. Häng fest. Toll. Ach, komm. Ja. Ähm. Hat jetzt wenig Sinn, das Ganze. Der hat mich doch mal angefahren. Ich kann nicht mal auf dich schießen, du Penner. Ich kann hier einen Polizisten schlagen. So. Interessiert ihn nicht. Three. Okay. Ja, war ein kleines bisschen Spaß. So, meine lieben Freunde. Ähm. Ich denke aber trotzdem, dass es eigentlich eine interessante erste Aufnahmesession war. Also die ersten drei Parts jedenfalls. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Beim nächsten Mal werden wir dann hier durchstarten im zweiten Gebiet. Vielleicht werde ich mir auch nochmal eine Karte besorgen und hier nebenbei laufen lassen. Ja. Ich denke, dass ich auch heute irgendwie nochmal eine kleine Aufnahme starten werde. Und, äh. Ja. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Part. Wenn ihr Lust habt, würde mich sehr freuen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Wir sehen uns dann auf jeden Fall.